Musik 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 Digga, ist da grad gelandet und ist hier danach runtergefallen? Ich dachte, eine scheiß Tactical wird Musik 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 noch tausend märz oder muss los und dann hinter mir ist noch ein spieler ihr könnt euch kämpfen ich bin ich bin so raus ich bin so raus ruhe ich kämpfe ich bin raus geile tactical jetzt kann ich wieder rein weil der andere spieler keine tactical lot egal warum haben wir mal dieses nötige schauer Ich habe einen Backdager. Okay. Weimar. Okay. Oh! Oh my god! Trickshot! 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 Trickshot, bro! Trickshot! 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 economy صaker! Grey! so ein auseinandergejokt so ein auseinandergejokt ja Spukio und Porto haben ein Leben gesaved, deswegen konnte ich dich mit dem Moktlonschau umbringen Brüder, einfach muss los aber einfach der Moktlonschau hat einfach mal neben gesaved ich versteh nicht diesen Null-Zuschauer-Buck das nervt halt einen auch sehr hart ey, jetzt kommt so tausend Spieler-Bomb-Bomb-Tot ich geh jetzt zu dieser Säule und ich schieß neuf ich weiß halt nur für dick aber wahren, mein Gott ich bin ich bin ich bin Jetzt ich Club Ich hab die ganze Zeit gerade mal 100 Leben! So, der Slurp, Digga. Beste Leben. Der Slurp bekommen habe. Aber nur, weil dieser eine Spieler dazwischen gekommen ist, ist halt der Typ, dieser Ghost-Typ ein Warbrauen fertig. Nur weil er dazwischen gegangen ist. Nur deswegen. Ist halt scheiße von ihm richtig. Richtig scheiße. Aber der Typ mit dem Auto hat sich keinen Mann gestellt. Aber auf einmal! Meine Headshot machen 30! 70! Damit ich extra ihn nicht umbringe. Ich werd' ich noch kriegen, vergiss es nicht. Digga, warum steht da immer neun Zuschauer? Halt, dieser scheiß Bug! Ich hasse ihn gerade! Weil die das einmal nervt! Das war's komplett! Das war's komplett! Das war's ja einfach komplett! Echt! Das war's! Das war's ja auch! Oder dass wir stattdessen anderen Bereich olharen waren! Das war's bunt zum Beispiel! Das war's schon ум. Ich lerne es. Oh-oh! Ich lerne das. Und hier dipped zu denen eigentlichsequen zwei Stиты zit. ich habe ein Camping-Feier, was ich halt einfach gar nicht brauche. Soll mal Fallenausschuss, falls ich Spieler halt finde. Eine Runde wieder fliegen. Was liegt da bitte? Da hat sich einfach jemand selber umgebracht, lol. Da muss los. Ok, nachgeladen. Immer beim Schottenstein neben dem Springen. Immer beim Schottenstein neben dem Springen. Wo sind die Bills? Alter, wo sind Gegner? What the fuck? Er hat da was davor gebaut. Outplayed, Leute! Outplayed, Digga! Oh mein Gott! Holy shit! Der hat mich fast umgebracht. Digga! Ist ja irgendwo noch der Fallener. Der hat ja ziemlich fast getrappt, Digga! Halt es schon normal getrappt zu werden. Das ist halt so normal geworden. Getrappt zu werden. Ich lass lieber meinen Rocks Launcher. Ok, warte. Ne, doch lieber. Oh, da kommt schon einer. Ehen zu werden. Oh nein! Was ist jetzt wieder zu werden? Ach, eu bin gerne. Der hat mich, alles selbst. Oh nein! Oh nein. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Untertitelung. BR 2018 Schieß 10 Schüsse daneben. Schieß 10 Schüsse wirklich daneben. Schieß 10 Schüsse daneben. Schieß 11 Schüsse daneben. Schieß 10 Schüsse. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.